Endlich geht es wieder richtig weiter und damit ist nicht dieser Kanal hier gemeint, auf dem schon seit einigen Tagen wieder richtig aktiv weiter geht, sondern damit ist gemeint die Pharma-Rama-Fanseite www.pharma-cheats.de Heißt also, ab heute erwarten wir euch auf dieser Seite wieder täglich die neuesten Infos, die neuesten News rund ums Pharma-Rama-Land aus erster und schnellster Hand serviert, sowie natürlich auch aktuelle Tipps und Tricks, ob in Schriftformat oder Videoformat und natürlich auch laufend Gewinnspiele, was vielleicht auch mit dem Grund ist, vom einen oder anderen überhaupt dieses Video hier anzuklicken. Und ja, ansonsten Vorschubilder-Info zu kommen, wenn es aus schnellster Hand einzige, was es in dem Sinne nicht gibt, was sich jetzt vielleicht der eine oder andere auch erhofft, Cheats, Cheats, ne, Cheats in dem Sinne nicht, Cheats im Sinne von Tipps und Tricks. Bleiben wir auf der fernen Seite. Auf jeden Fall gibt es das also tatsächlich ab heute wieder alles auf www.pharma-Rama-Cheats.de, der Neustart mit einem neuen Team sozusagen, bestehend eben aus meiner Wenigkeit sowie der Pharma-Rama-Crew, die vielleicht der eine oder andere schon kennt von YouTube und Krausenmausen. Heißt also tatsächlich Kompetenz vereint auf einer Seite und ich bin überraschenderweise auch dabei, das gibt es hier auf dieser Seite. Und was gibt es denn passenderes, wenn bereits morgen Gift und Trade startet? Als diesen Neustart gebührend zu feiern mit einem richtigen Comeback-Gewinnspiel, habt ihr also die Möglichkeit, tolle Preise gleich abzuräumen. Und zwar, wie funktioniert das? Hier auf diesem Artikel natürlich der Link zu diesem Artikel, generell zu der Seite, alles Wichtige in der Videobeschreibung natürlich verpackt. Auf jeden Fall die Gewinnspielfrage, Schätzfrage lautet, wie viel Kuhmilch tippt ihr denn besitze ich zum aktuellen Zeitpunkt? Auf meiner Farm, in meiner Scheune, euren Tipp Plus vom Rama-Ingame-Nicknamen in die Kommentare hier unter diesem Artikel. Kostet nix, aber dafür könnt ihr tolle Sachen gewinnen. Und zwar, was gibt es denn zu gewinnen? Und zwar gibt es eben dann für diejenigen drei, die dann am nähersten ans richtige Ergebnis herangetippt haben, werden verlost, ein Gürteltierbau, also ein toller Stall, ein Sanddornbaum und ein Sambaschaf. Das ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht hier. Für Gewinnspiele geht noch bis zum kommenden Samstag, dann den 30. Juli bis 10 Uhr. Dann folgte schnell kurz darauf die Auflösung, beziehungsweise natürlich auch dann, ja, das Verschicken der Preise. Denn so lange geht der Gift entschuldigt dann tatsächlich auch nicht mehr. Also macht auf jeden Fall mit, es zahlt sich aus. Ich denke mal, ganz schicke Gewinne gibt es da abzuwäumen hier. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ihr könnt alles nachlesen hier auf dieser Seite. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr hier vorbeigucken würdet. Und das nicht nur, weil es diesmal ein Gewinnspiel gibt tatsächlich, sondern auch sonst ab und zu gerne mal wieder vorbeischauen für die aktuellsten News rund ums Farmer Rahmeland. Wenn ihr natürlich noch irgendwelche, ja, Wünsche, Verbesserungsvorschläge, was auch immer habt, was die Seite betrifft, dann schreibt sie gerne hier in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt, nehmen wir, danken dann. Und in diesem Sinne freuen wir uns, dass es losgeht, freuen uns noch mehr, wenn ihr der Seite eine Chance gebt, mal vorbeiguckt, wir freuen uns auf euch und viel Spaß natürlich beim Gewinnspiel. Wir sehen uns auf farmerahm-cheats.de. Ohne Cheats, aber mit vielen anderen tollen Sachen. Wir sehen uns imнемen Aufmerning. Vielen Dank.